Dies ist ein Informationsvideo der Stadt Bern. Meldestelle Whistleblowing Arbeiten Sie für die Stadt Bern oder Ihre Betriebe und haben dabei strafbares Verhalten oder andere Unregelmässigkeiten festgestellt? Beispiele dafür sind Korruption und Bestechung, Veruntreuung, Verstösse gegen den Verhaltenskodex oder Interessenskonflikte. Die Ombudsstelle der Stadt Bern ist gerne für Sie da. Die Ombudsperson nimmt Meldungen der Angestellten der Stadt Bern und Ihre Betriebe entgegen. Gemeldet werden können Missstände und Verstösse gegen rechtliche Vorgaben oder unethisches Verhalten in der städtischen Verwaltung oder Ihren Betrieben Bernmobil und EWB. Wenn Sie überzeugt sind, dass ein Missstand besteht und diesen uns melden, dann sind Sie in Ihrer beruflichen Stellung gesetzlich vor allfälligen Nachteilen geschützt. Der Schutz der meldenden Person ist in Artikel 56 Absatz 7 des Personalreglements verankert. Die Meldung kann telefonisch, persönlich oder schriftlich erfolgen. Unsere Adresse, die Kontaktmöglichkeiten und unsere Öffnungszeiten finden Sie in der Box zuständige Stelle neben oder unter diesem Video. Das ganze Verfahren ist für Sie kostenlos und absolut vertraulich. Die Ombudsstelle und Ihre Mitarbeitenden unterstehen der Schweigepflicht. Ihre Identität wird nur mit Ihrem Einverständnis offengelegt. Die Meldung kann auch anonym erfolgen. Die Meldung kann auch anonym erfolgen. Die Meldung kann auch anonym erfolgen. Die Meldung kann auch anonym erfolgen.